Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha innallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhun wa rasuluh. Eine Frage lautet, wer zu einem Wahrsager geht und ihm nach etwas fragt und für wahr hält, was er gesagt hat, ist man nun kein Muslim mehr geworden oder hat man damit eine Sünde gemacht? Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagt, wer zu einem Wahrsager geht und ihm nach etwas fragt und ihn für wahr hält, was er sagt, dann hat er Unglaube im arabischen Kuffr begangen, gegenüber dem, was auf Muhammad herabgekommen ist, begangen. Nochmal, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, wer zu einem Wahrsager geht und ihm nach etwas fragt und das für wahr hält, was er gesagt hat, dann hat er Unglaube begangen, gegenüber dem, was auf Muhammad herabgekommen ist. Und die Gelehrten haben hinsichtlich dem Wort Unglaube im arabischen Kuffr verschiedene, mehrere Ansichten gehabt, was es bedeutet. Man muss wissen, dass der Unglaube im Islam oder der Kuffr im Islam zwei Stufen hat. Es gibt den Großen und es gibt den Kleinen und mit dem Großen Unglauben tritt man aus dem Islam aus und mit dem Kleinen hat man eine gewaltige Sünde gemacht, aber man befindet sich noch im Islam. Das heißt, man ist noch Muslim. Die erste Ansicht ist, dass sie sagen, dass damit ist der große Unglaube gemeint. Das heißt, diese Person ist kein Muslim mehr, wenn er zu einem Wahrsager geht, ihn fragt und das für wahr hält, was er gesagt hat. Und manche sagen, damit ist der kleine Unglaube gemeint. Das heißt, wer zu einem Wahrsager geht und ihm nach etwas fragt und für wahr hält, was er gesagt hat, dann hat er eine Sünde begangen, eine gewaltige Sünde, aber er ist noch Muslim. Und die dritte Ansicht, und das ist die richtige Ansicht, ist, dass es darauf ankommt, wie man an diesen Wahrsager glaubt, in dem, was er sagt. Bedeutet, glaubt man an dem, was er sagt, dass es vom absoluten Wissen über das Verborgene ist. Das heißt, vom Wissen, was nur Allah subhanahu wa ta'ala kennen kann und niemand anderes, wenn er an so etwas glaubt, was der Wahrsager gesagt hat, jetzt hat er den Islam verlassen. Ist es aber etwas, was auch andere von der Schöpfung Allahs, von den Menschen wissen können und andere nicht, und er glaubt an dem, was der Wahrsager ihm gesagt hat, von dieser Kategorie des Wissens, des relative Wissen, dann hat er damit nicht den großen Unglauben begangen, sondern den kleinen, und er ist immer noch Muslim. Und deswegen kommt es darauf an, zusammenfassend, kommt es darauf an, an was er glaubt, was der Wahrsager gesagt hat. Nochmal, hängt davon ab, was der Wahrsager gesagt hat. Ist es etwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala kennen kann, dann ist er kein Muslim mehr. Und ist es etwas, was andere Menschen auch wissen können, dann ist das der kleine Unglaube. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha la ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.